...Falten, der jetzt auch wieder durch Gesellschaft leistet, aber, ich hätte es angekündigt, 47 Paare insgesamt, das sieht nicht so schlecht aus, dass das klappen wird. Zunächst ein Reiter für die russische Föderation, der auch schon Championatserfahrung hat, der schon seit einigen Jahren in Deutschland zu Hause ist, Vladimir Benetsky. Seine Zelte in Dissen, südlich von Osnabrück aufgeschlagen und reitet jetzt hier Falcon E. Falcon E, neunjähriger Hannoveraner Sohn des 4Edition und Raphael. Schauen wir uns einmal gemeinsam den Parcours an, kommt da aus der Spitzkehre, dieser Steilsprung mit der 4, die distanzgebogene Linie, Achterloppsprunge, wenn die meisten machen, die eher in die dreifache Kombination. Und dann geht es, eine linke Hand, in die nächste Distanzaufgabe, also ein bisschen mehr spitz, die Ochser-Steil-Linie zu, verhängige Loppsprunge zum Steilsprung von einem der Prüfungssponsoren, Becker's Bester, auch von Vladimir Benetsky und Falcon E sieht das bisher sehr gut aus. Wir haben den heute Morgen noch geritten, Punkte springen, um ihm so ein bisschen Vertrauen zu geben und der Plan, der scheint aufzugehen, zweifache Kombination, Steil-Oxa und dann die 5 zum letzten, Spitzeversprechen ist uns jetzt schon sicher, 0 in 72,2.